Natürlich kein Ticket dabei, springen, aufrennen, raus, schlag, lang hin, plötzlich über mir, ungelogen. Fünf von denen. Fünf gesagt, bin ich schön. Ich hab mich gefühlt wie ein Verbrecher. Ich mein, sieht so ein Verbrecher aus? Warst du schon mal in Paris? Ich mein, es ist immer in Paris, die Stadt der... Ich liebe sie. Nachdem ich die Muttertongue, die alles über die Englisch-Language und die verschiedenen Worte, ich habe auf dem Haus geschrieben, und neither hier nor da, und all die Bücher, die er geschrieben hat. Und in einem Buch, da war ein Referenz zu einem Buch, called Last Chance to See, von Douglas Adams. Und Douglas Adams geht um den Planeten, just documenting die Tiere, die möglicherweise extinct werden. Und so, er ging zum Komodo und schreibt über die Komodo-Dragons, which are quite nasty creatures. Und so, er, so he, he took a photograph of a Komodo-Dragons headfirst in this borough. And it says, Komodo-Dragons sleep headfirst in large boroughs. And it's a very, very, very bad idea to even think of pulling its tail. So that's, that was the one line that really stuck in my head. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020